Musik Mein Name ist Heidi Schulze und ich wohne seit 2008 hier in der Schöneiser Straße, dass ich das betreute Einzelwohnen von der Spastia helfe. Und ich bin in einzelnen Workshops, das ist einmal der Acryl-Kurs, dann ist es das Spotscherspielen und dann gibt es noch den Workshop Gärtner im interkulturellen Garten in Hohenschönhausen. Zweimal im Monat haben wir Malen. Da sind auch wieder Behinderte und Nichtbehinderte, da sind auch zwei Damen, die sind nichtbehindert und die Malen mit. Da bin ich auch schon von Anfang an dabei. Das war eigentlich der erste Workshop, den ich da gab im Börertreff, das Malen. Was halten Sie hier in Deutschland von Inklusion? Inklusion ist ja ein weiterer Begriff. Das bedeutet ja, dass wir uns eingliedern in die Gesellschaft, dass sie uns auch aufnehmen. Das ist ja eine Doppelseitigkeit. Einmal wir Behinderte müssen uns bemühen und die Nichtbehinderten müssen sich genauso uns sehr anzunehmen. Wenn Sie Berlin und Deutschland generell betrachten, was würden Sie für die Behinderten verbessern oder verändern? Wenn ich zum Beispiel in eine Gaststätte gehe und dann sehe, dass Sie zwar eine tolle Schräge gebaut haben, aber wie ich dann über diesen Einhuge kommen soll, das frage ich mich dann auch. Ich sage immer Folgendes. Wenn ein Architekt so etwas für Behinderte entwirft, dann würde ich den erst mal acht Tage in eine Rollstuhl setzen und sage, so mein Lieber, und jetzt fährst du mal acht Tage mit dem Rollstuhl durch die Gegend und dann wirst du ja mal sehen, was wir alles nicht können. Ich meine, ein Behinderte muss sich natürlich auch bereit sein, sich da auch mit einzubringen. Ich finde es nämlich gar nicht gut, wenn dann vielleicht zwei, drei die große Klappe haben und die anderen gucken dann alle bloß und denken, naja, das geht ja mich nicht vielmals an. Aber nee, das geht ja jedem was an. Ja, eine sehr tolle Aussage, die ich persönlich auch sehr, ja auch so sehr, Wollen Sie generell noch irgendwas loswerden, was auf der Kamera festgehalten werden sollte? Dass man uns eben noch mehr akzeptiert, eben auch unsere Behinderung, dass man eben besser mit uns umgeht. Ich persönlich kann mich ja nicht beklagen. Ich kann mich da durchsetzen, aber ich weiß, dass es viele Behinderte gibt, die das nicht können. Und die sehen dann echt alles aus. Es ist mir bestimmt nicht leicht gefallen, als ich 2008 alleine hierher gezogen bin. Das war für mich ganz schwer. Das hat ein ganzes Jahr gedauert, ich war nur mit mir beschäftigt. Da bin ich ständig über meine eigene Nase gefallen. Aber ich habe es gelernt, ich weiß es, ich bin ja ehrgeizig. Ich bin ja ehrgeizig. Du musst mich reinkommen, wenn du möchtest. Geht es gut los? Äh, jetzt passt das so. Ich sehe das. Er hat nicht aufgepasst. Im nächsten Jahr läuft der Pachtvertrag aus für den Börertreff und wir möchten aber gern, dass der Börertreff weiter besteht und deshalb machen wir diese, um dem Börermeister zu zeigen, wie wichtig das ist. Dieser Börertreff ist ja dazu da, dass sich Behinderte und Nichtbehinderte treffen sollen. Und da wollen wir ihm zeigen, was wir alles anzubieten haben. Da werden wir mit ihm eine Runde Botscha spielen. Dann wollen wir auch malen und wir malen da Bilder. Wir hatten auch schon, ich glaube, sechs Ausstellungen hatten wir schon. Manchmal im Rathaus in Listenberg hatten wir eine Ausstellung und dann hier im Börertreff, dann waren wir mal in einer Gaststelle, hatten wir eine Ausstellung. Also, ja, wir haben schon eine Menge geleistet im Börertreff. Wir wollen den Börermeister bitten, dass er uns unterstützt. Einmal, dass wir Mittel bekommen und dass das ihm auch gesteht bleibt. Und dann wünschen wir uns natürlich, weil das unten im Keller ist, dass wir vielleicht auch einen anderen Ort bekommen für den Börertreff. Denn unten im Keller, das ist nicht jeder Manns Geschmack. Inclusion. 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 napausos